Manche schauen ihr sehr freudig entgegen, manchen macht sie eher Angst. Ich spreche von Veränderung. Veränderung ist dabei enorm wichtig, denn nur so gehen Dinge vorwärts. Die Veränderung geht mit der Zeit und auch den sich ändernden Umständen. Wir stellen uns nun die Frage, wie muss sich das Bauwesen verändern und damit auch die Prozesse der Planung? Profitieren Sie als Planer überhaupt davon? Antworten wird Ihnen Jakob Pschibillo geben. Er ist nicht nur Berater, sondern auch führender BIM-Experte in Deutschland. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt bei der Anpassung alter und Entwicklung neuer Geschäftsprozesse. Als Experte in den maßgeblichen BIM-Gremien wie dem Building Smart setzt er sich vor allem für eine erfolgreiche Digitalisierung der Baubranche ein. Herzlich willkommen Jakob Pschibillo. Vielen Dank Frau Jung, vielen Dank für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu meinem ersten Vortrag. Das Geschäftsmodell Gebäude 4.0, seine Konsequenzen für Planer und Ingenieure. Das heißt, in meinem Vortrag werden wir erstmal einen kleinen Blick in die Zukunft uns erlauben. Wir werden schauen, wie das Gebäude aussehen wird, wie die Wertschöpfung aussehen wird. Und dann werden wir natürlich ganz, ganz wichtig die Frage stellen, was kann, was muss der Ingenieur, der Planer tun, um langfristig erfolgreich zu sein. Wie gehen wir dabei vor? Wir schauen uns erstmal die Branche an sich an, schauen uns an die unterschiedlichen Einflüsse, die es gibt, aber auch die Innsicht und schauen, wie das Gebäude aussehen muss. Und zuletzt betrachten wir nochmal die einzelnen Planer. Was tut er darin? Was tut er morgen, um langfristig erfolgreich sein zu müssen? Als erstes die Branche an sich, die Immobilienwirtschaft, hat eine sehr, sehr hohe Relevanz. Alles, was wir sehen, ist die behaupte Umwelt, ist das Produkt dieser Wirtschaft. 25 Prozent aller Unternehmen gehören zur Immobilienwirtschaft. Zehn Prozent aller Menschen arbeiten darin in Deutschland. Also wirklich eine sehr, sehr hohe Relevanz, sehr, sehr hohe Präsenz. Gleichzeitig, die Innsicht ist ja nicht mehr so schön. Es hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich wenig getan. Wir arbeiten immer noch gegeneinander. Wir setzen Verträge auf, um gegeneinander zu arbeiten. Wir haben eine Streitkultur. Nachträge als Geschäftsmodell gehören auch schon dazu. Die Art, wie wir mit dem Auftraggeber umgehen, ist auch nicht sehr Transparenz. Wir legen ihm einen Stapel Pläne auf den Tisch und versuchen ihm mit Symbolen zu suggerieren, was wir uns da gedacht haben. Und am Ende ist es auch so, dass der Erfolg, der finanzielle Erfolg, auch nicht sehr gut aussieht. Denn die Margen sind relativ gering. Gerade hat es geboomt, sage ich mal. Und da waren wir alle einigermaßen zufrieden. Aber niemand ist da unheimlich reich geworden in dieser Zeit. Das Ergebnis dessen ist aber auch ein nicht sehr positives Image. Die Baubranche wird nicht sehr positiv wahrgenommen. Das hängt zum einen damit auch, dass es da unterschiedliche Player gibt, wie zum Beispiel der Makler, der nicht als sehr positiv auch da betrachtet wird. Aber wir haben auch viele, viele Projekte, die einfach schief laufen, die sich verspäten. Und was aber auch durch die ganze Presse geht und durch die ganze Kommunikation geht, sodass man da auch von hört, das mitbekommt und natürlich dann auch ein negatives Image damit auch mit einbringt. Und dieses Image, das schlägt sich mittlerweile auch im Ausland nieder. Das heißt auch im Ausland, was uns als Ingenieure dann auch gerne beauftragt, weil man sicher ist, das Projekt wird gut laufen. Und da kommen mittlerweile auch Zweifel auf, ob das wirklich so ist. Ein ganz wichtiger Einflussfaktor natürlich die Nachhaltigkeit. Es ist kein neues Thema für uns in der Baubranche. Es gibt es schon länger, wir entwickeln schon länger passive Häuser und ähnliche Konzepte, verwirklichen die immer mehr. Aber das Neue ist, dass die Nachhaltigkeit jetzt in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Spätestens that's Fridays for Future. Und die Baubranche ist auch da ein ganz, ganz wichtiger Player. Denn 40 Prozent des weltweiten Ressourcenbedarfs kommt auf die Baubranche. Also wir spielen da einen ganz, ganz großen Faktor. Aber wir haben auch ein Problem mit den Ressourcen. Denn wir haben großen, großen Ressourcenmangel. Ob es Kupfer ist, ob es Aluminium ist, aber vor allem auch Bausand fehlt heutzutage. Wir haben aber auch ein Problem mit dem Bauschutt, mit dem, was wir bereits verbaut haben. Wo bringen wir das hin? Die Deponien sind mittlerweile überfüllt. Die Hälfte der Deponien wurde in den letzten zehn Jahren zugemacht. Also wir haben da wirklich ein ganz großes Problem, wissen gar nicht mehr, wo beziehen wir die Materialien her, die wir eigentlich da verplanen, verbauen wollen. Und wo bringen wir sie nachher hin? Ein ganz wichtiger Faktor ist da natürlich auch die Digitalisierung. Die ganzen Branchen wurden bereits verändert, die Buchbranche zum Beispiel auch. Haben wir alle mit angesehen. Aber auf unsere Branche kommt auch sowas gerade zu. Und die Digitalisierung wird in Form von unterschiedlichen Trends wahrgenommen. Das sind zum Beispiel Smart City, 3D Printing, Mobility, Blockchain. All diese ganzen Begriffe sind Teil unseres Alltags geworden mittlerweile. Jedes Handy hat eine KI-Kamera. Und in der Baubranche machen sich diese Trends auch mittlerweile bemerkbar. Building Information Modeling ist der erste Schritt, mit dem erstmal Datengrundlagen erstellt werden, in dem erstmal Qualitätsprozesse sichergestellt werden, in dem Daten erstellt werden, die nachher auch für andere Technologien, andere Dinge nachher genutzt werden können. Aber wir haben auch schon Projekte mit Robotern, wo Roboter monotone Arbeiten übernehmen. Zum Beispiel Löcher bohren in der langen Linie zum Beispiel. Oder durch den Raum fahren und den Ist-Zustand aufnehmen. Es gibt aber auch Software bereits, die uns einen automatischen Grundriss vorschlägt, suggeriert. Und nicht, wie das, was der Planer macht, vielleicht zwei, drei Varianten ausarbeitet, sondern vielleicht tausend. Das heißt, der Moment, wo wir vielleicht zum Auftraggeber kommen mit unserer Idee, wie ein bestimmter Grundriss oder eine Technikzentrale lokalisiert werden könnte, da sagt er uns, ja ist ja schön für deinen Vortrag, vielen Dank, aber ich habe hier etwas gerade ausgearbeitet, das ist besser als das, was du mir vorschlägst. Und da entstehen bestimmte Abhängigkeiten, bestimmte Schwierigkeiten. Ja, Fazit ist das Wort Herausforderungen. Dieses Diagramm zeigt Ihnen vielleicht nochmal, wie die Bohrbranche im Vergleich zu den anderen Branchen aussieht, die sich in den letzten Jahren eher entwickelt haben, digitalisiert haben, produktiver geworden sind. Bei uns sieht das eher nicht so aus, die Komplexitätgebäude wird immer höher, wir haben immer einen höheren Technikanteil dort, die Systeme, die Sie auch verplanen, verbauen. Aber, wie gesagt, die Methodik ist die gleiche, die Art, wie wir miteinander umgehen, hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Und das ist so ein bisschen jetzt im Moment die Frage, wie soll das jetzt weitergehen? Aus meiner Sicht fehlt es da nicht nach einem langfristigen Prozess, sondern eher ein Inkubator für die Baubranche müsste her, um es innerhalb von einigen Jahren, sage ich mal, dahin zu bringen, wo wir eigentlich sein sollten. Das Gebäude. Jetzt haben wir uns unterschiedliche Trends angeschaut, unterschiedliche Entwicklungen angeschaut. Und was resultieren wir daraus? Zum einen resultieren wir daraus, dass wir keine Rohstoffe mehr haben. Wir haben keine Rohstoffe, wir wissen auch nicht, wo sie hinkommen. Deshalb müssen wir die Rohstoffe verwenden und bestmöglich nutzen, die da sind. Das heißt, das Gebäude wird nicht mehr als über Quadratmeter und über Fläche betrachtet, sondern auch darüber betrachtet, was eigentlich im Gebäude verbaut ist. Das Gebäude als Rohstofflager. Denn diese Materialien wollen wir nachher wiederverwenden. Die sind selten. Wollen wir auch weiter nutzen. Natürlich auch CO2-Nutzung spielt da natürlich auch rein jetzt von der Bundesregierung. Die Beschlüsse vom letzten Jahr, wo auch ein Faktor dazu kommt und sagt, wir müssen das Gebäude auch nochmal anders betrachten. Die Grundlage dafür ist aber die Bestandsdokumentation. Das heißt, wir können die Daten, diese Materialien, die Substanz wirklich nur nutzen, wenn wir wirklich auch wissen, was, wo, in welcher Menge verbaut ist. Und da spielt natürlich Digitalisierung wieder eine Rolle. Also der digitale Zwilling vom Gebäude. Und dieser digitale Zwilling ist die Quelle für diese ganzen Prozesse, die dann, wenn die Daten nachher genommen werden können. Ob es die Abschätzung ist für Mengen zum Beispiel von der Fassade, die abgebaut werden soll, oder aber auch vielleicht Daten auch für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden, oder aber auch für die Reinigung. Es gibt viele Prozesse, die nachher mit Unterstützung dieser Daten sinnvoll, effizient bewerkstellig werden könnten. Gut, soweit. Aber der Planer. Was ist mit den Planern? Die meisten Planer oder viele Personen werden erstmal denken, ja, das ist ja alles im Betrieb. Das interessiert mich ja gar nicht, was sich dort abspielt. Ist aus meiner Sicht wahr, aber nicht ganz. Denn diese Daten, die da erwünscht oder gefordert werden, die können im Betrieb gar nicht mehr und im Bestand gar nicht mehr gewonnen werden. Wir müssen diese Daten sukzessive beim Neubau bereits anreichern, mitentwickeln und dann auch in den Bestand überführen. Das heißt, der Planer hat die Chance, dann auch derjenige zu sein, der diesen Prozess unterstützt, der als erster diese Daten erstellt, auch die Qualitätssicherung betreibt, über diesen ganzen Prozess diese Daten erweitert, mitdefiniert und auch im Betrieb vielleicht auch noch weiter unterstützt und als erster Ansprechpartner für den Auftraggeber dann auch wahrgenommen werden kann. Es geht also als erstes um Building Information Modeling. Das ist die Basis für den digitalen Zwilling. Als Arbeitsmethode mit digitalen Bauwerksmodellen. Das bringt aber auch noch weitere Anforderungen mit sich. Eine Anforderung ist natürlich erstmal dieses gewerkerübergreifendes, digitales Know-how. Dass man sich nicht mehr als eine Sequenz im gesamten Prozess betrachtet, sondern eher das Ganze als Workflow sieht. Als Prozess, dass man ein Prozess, ein Gewerk begleitet vom Anfang bis zum Ende über den gesamten Lebenszyklus. Denn aber auch das Verständnis hat für die anderen Prozesse, die sie abspielen. Also auch das Verständnis auch hat, was tun die anderen Gewerke denn da? Welche Prozesse sind das? Was brauchen die für Daten? Wie integrieren wir auch? Wie können wir vielleicht aber auch Leistungen verlagern auch innerhalb dieser Phasen, um da bestmögliches Ergebnis im Sinne des Projektes halt dann auch zu generieren? Dazu kommen natürlich noch weitere Dinge, wie der Umgang mit unterschiedlichen Technologien. Dass man die aber auch versteht und damit umgehen kann und die auch einsetzen und planen kann. Denn auch die Einsparungen werden sich verändern. Wenn ich bestimmte Dinge habe, bestimmte Prozesse beschleunigen kann durch den Einsatz von Software oder den Einsatz von Maschinen, dann heißt es aber auch, dass die Dinge, die vielleicht vorher teuer waren, auf einmal nicht mehr so teuer sind. Und Dinge, die händisch jetzt mit großem Aufwand hätten gemacht werden sollen, wie zum Beispiel diese Bohrung, die ich vorher angesprochen habe, das könnte jetzt etwas sein, das einfach eine Maschine übernimmt. Also ganzheitliches Verständnis zu entwickeln für das Bauen am Ende. Darum geht es dann auch am Ende dann auch. Und sich nicht als ein kleines Rädchen zu verstehen und möglichst klare Schnittstellen zu definieren. Das wird nicht mehr ausreichen, voraussichtlich. Ja, der Bereich Sicherheit spielt dabei natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Worum geht es bei der Sicherheit? Hier geht es darum, erstmal Risiken zu vermeiden. Und auf der anderen Seite, wenn irgendwelche Risiken eingetroffen sind, um die Frage, wie können wir diese Risiken auch schnell, zügig abwenden. Im ersten Moment, oder zum ersten Punkt, geht es um die Planungsqualität. Und diese Planungsqualität kann ich dann auch natürlich mit diesen Daten, mit BIM-Modellen unterstützen, kann dort Qualitäten sichern, kann dort Qualitäten prüfen. Die Menge an Normen, die wir auch haben, kann auch kein Mensch handeln. Das kann ich also auch digital unterstützen, prüfen, ob zum Beispiel ein Sensor, ob im richtigen Abstand eingeordnet worden sind, ob Abstandsflächen eingehalten werden, Fluchtwege. Solche Prüfungen kann ich dann automatisch durchführen. Und habe nachher die größte Sicherheit, dass es funktioniert. Transparenz habe ich natürlich auch. Gerade eine klare Kommunikation zum Auftraggeber. Das sind, sage ich mal, erstmal so die Dinge, die da in das Thema Sicherheit mit reinspielen. Und im Betrieb geht es darum, dann auch die Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Die da in einem Unfall, bei einem Unfall, ob das ein Stromausfall ist oder Hochwasser oder andere Dinge, da eben da auch unterstützen zu können. Das kann zum Beispiel dann auch jemand sein, dass die Feuerwehr, die ich auch schon als Beispiel hatte, die vielleicht dann auch mal ein Modell zugreifen kann. Oder sich aber auch bei Dunkelheit durch ein Modell durchbewegen kann. sieht, was für Oberflächen das alles sind, welche Gefahren da entstehen können. Und so, sage ich mal, eine Situation sehr gut nicht nur beurteilen kann, sondern auch durch Gebäude laufen kann. Das Zweite ist natürlich dann auch, dass alles, was mit Sicherheit zu tun hat, auch viel mit technischen Anlagen spielt. Wir haben viele Systeme, die sich natürlich auch regelmäßig erweitern, verändern und sehr dynamisch sind. Und da ist es auch wichtig, relativ aktuell zu sein. Nicht, dass man Dinge ausschreibt, die heute richtig, morgen aber falsch sind. Ja, oder es vielleicht gar nicht mehr gibt. Da ist natürlich die Interaktion mit dem Hersteller sehr, sehr wichtig, um da auf aktuelle Daten mal wieder zurückgreifen zu können. Und nicht zuletzt ist das Gewerk oder das Gewerk rund um Sicherheit erst mal in der ersten Wahrnehmung für sich getrennt. In der weiteren Wahrnehmung ist es aber auch ein Gewerk, was relativ viel Koordinierungsaufwand hat. Denn ein Sensor ist schnell geplant, aber im Nachgang muss man ja auch koordinieren mit anderen Gewerken, die sich verständigen, die sich verändern. Es ist also viel Arbeit auch da, die man auch gut unterstützen kann, zum Beispiel, indem man Modellstände miteinander vergleicht. Und jetzt haben wir natürlich die Frage, was müssen wir wirklich tun? Wie gehen wir vor? Grundsätzlich sind diese Dinge, die ich Ihnen vorgestellt habe, recht global, recht übergeordnet. Da geht es natürlich darum, dass man diese Dinge auf sein eigenes Unternehmen dann auch umsetzt, definiert und so auch anfängt, sich dahin zu entwickeln. Das sind keine Dinge, die innerhalb von zwei, drei Tagen oder innerhalb mit einem Softwarekauf erledigt werden können, sondern hier geht es wirklich um langfristige Veränderungen, denen wir uns stellen müssen. Und so ist der erste Punkt, wie gesagt, dass man erstmal eine Analyse macht, schaut, wo sich das Unternehmen befindet, wo trifft es mich, wo habe ich Potenziale, wo habe ich Risiken, wie bin ich aufgestellt. Das Unternehmen ist größer, es hat einen größeren Koordinierungsaufwand, Abstimmungsaufwand, wo man die Menschen mitnehmen muss. Das kleinere Unternehmen hat vielleicht aber nur einen Teil dieser ganzen Leistungskette, da wird man vielleicht mit anderen Unternehmen sprechen müssen. Und dann geht es darum, Konzepte zu definieren, wie ich diesen Weg wirklich beschreite, Strukturen aufbauen, Verantwortlichkeiten aufbauen und dann fängt man an, langfristig voranzuarbeiten. Das Ziel ist, die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sich denken, aha, das ist vielleicht für meinen Chef relevant, für mich nicht so, sehe ich zum Beispiel dann auch nicht so. Und zwar ist es doch so, wenn sein Unternehmen das Geschäftsmodell ändert, dann ändern auch die Mitarbeiter der Geschäftsmodelle. Da empfehle ich Ihnen, sich wie gesagt, in diese Richtung zu arbeiten und Sie weiter voranzubringen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Pschibillo, für den sehr interessanten Vortrag. Sie haben uns jetzt die gesamte Roadmap vorgestellt und so wie ich das verstehe, kommen da einiger Veränderungen auf das Bauwesen zu. Womit soll ich als Planer jetzt im ersten Schritt beginnen? Sie hatten es gerade schon angerissen, aber vielleicht können Sie es nochmal konkret sagen, was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist auf jeden Fall das Verständnis erstmal für diese ganzen digitalen Themen. Denn Digitalisierung ist wie ein großer Wald, wo es wenig Halt gibt, wenig Pfade gibt und wo ich vielleicht Hinweise finde, wie ich mich durcharbeiten kann. Also das Verständnis wirklich für diese ganzen Dinge, wie sie miteinander funktionieren. Das wäre für mich der erste Schritt. Und dann fange ich an, ein Konzept zu entwickeln, um diesen Weg möglichst für mich zu beschreiben. Langfristigen Weg, aber auch der kurzfristige Weg heute. Also langfristig könnte zum Beispiel sein, dass ich erstmal anfange, Modelle zu erstellen, Daten bereitzustellen, dann vielleicht mit anderen zusammenzuarbeiten. Und dann kommen weitere Dinge, wie Vernetzung mit anderen Gewerken und solche Dinge. Aber auch ganz konkret erstmal, wenn es darum geht, was passiert als erstes. Als erstes brauche ich ein Konzept. Als erstes muss ich aber auch die Mitarbeiter schulen und muss aber auch die richtige Software für mich auch finden. Da gibt es auch Dinge, die wirklich möglichst konkret sofort angegangen werden sollten und die man dann auch nochmal sehr konkret bespricht. Aber immer im Auge die Zukunft. Wo geht es hin? Das klingt in der Theorie natürlich sehr einfach. Die Frage ist jetzt, was sind die größten Herausforderungen oder Stolpersteine auf dem Weg? Was würden Sie sagen? Also Herausforderungen gibt es viele, weil der Weg ja nicht so gepflastert ist, wie vielleicht hier dargestellt, sondern eher ein Waldweg ist. Aber wie gesagt, das Verständnis ist ein Grundthema, dass man Digitalisierung oder BIM auch nicht als Software versteht. Und die Fragen, die mich immer wieder dann auch erreichen, ist, was für ein Tool muss ich kaufen? Was muss ich dahingehend tun? Wo ich natürlich als erstes mal sage, überleg erstmal, was das für dich bedeutet. Was möchtest du überhaupt damit tun? Mit dieser ganzen Digitalisierung? Und dann kannst du auch das richtige Tool für dich auswählen. Und die zweite Schwierigkeit ist es dann auch nochmal, sich zu fokussieren auf das, was wirklich für einen wichtig ist. Die Digitalisierung bietet unterschiedlichste Möglichkeiten. Auch die Softwarebranche, die betreibt sehr viel Werbung auch sehr gut, die sich auch sehr gut anhört, auch über die vielen Dinge, die möglich sind. Und alle Effizienzversprechen. Und da ist es ganz schwierig, sich dann auch zu entscheiden. Was tue ich überhaupt? Und wo ich aber auch sage, wenn ich einen Weg habe, wo ich hingehe, dann weiß ich auch, was für mich wichtig ist. Und kann dann aber auch unterscheiden, auch nochmal, was muss ich wirklich tun? Zum Beispiel Modellierung ist sehr wichtig, das muss jeder tun. Datenqualität muss jeder sichern, um wirklich sie übergeben zu können, zum Beispiel. Aber auch die Übergabe irgendwann auch an den Betrieb hat eine sehr hohe Relevanz, weil das einfach die Dinge sind, die Auftraggeber, Bauchern von mir verlangen werden. Das sind ja sehr viele Dinge, die Sie da aufzählen. Ich stelle mir jetzt die Frage, oder wahrscheinlich auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, über welchen zeitlichen Rahmen sprechen wir hier? Wie viel Zeit muss ich mir als Planer nehmen? Schwierige Frage. Beantworte ich meiner Meinung nach nicht so gerne, weil ich dann leider sagen muss, das dauert fünf bis zehn Jahre. Über diesen Zeitraum sprechen wir, bis das alles sehr präsent ist und wirklich auch von uns ganz konkret in vielen oder allen Projekten gefordert wird. Zum einen. Auf der anderen Seite ist es nämlich ganz anders, weil auf der anderen Seite ist es so, dass diese Vorbereitung dahin sehr, sehr viel Zeit erfordert. Allein schon, wenn ich mit BIM beginne, muss ich als erstes, wie gesagt, mein eigenes Verständnis zu entwickeln, muss ich informieren. Als nächstes werde ich dann auch mein Konzept entwickeln. Dann werde ich mir die richtige Software aussuchen. Ich werde die Mitarbeiter schulen. Ich werde versuchen, eine Person zu finden im Markt, die es nicht gibt. Dann die, die die Verantwortung übernimmt in meinem Unternehmen. Also bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Wir gehen schon ein, zwei Jahre und dann erst fange ich zu arbeiten an. Und das war jetzt aber der gerade Weg. Wenn aber viele Unternehmen erst mal Software kaufen, vor und zurück laufen oder sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht noch nicht so relevant sind, dann kann das auch schon mal zwei bis drei Jahre dauern. Sie haben ja gerade eben von fünf bis zehn Jahren gesprochen. Das ist eine ziemlich lange Zeit und ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen wissen möchten, wie sich das für sie rechnet, was für einen wirtschaftlichen Nutzen das auch für sie hat. Können Sie vielleicht hier einen Abriss geben, was das bedeutet? Also das kommt eben darauf an, wie man diesen Weg gestaltet. Langfristig hat man die Möglichkeit, wie gesagt, in Geschäftsmodellen zu partizipieren, sehr viel später kommen, dann auch Ansprechpartner zu sein, mehr Projekte zu generieren, im gleichen Projekt. Das ist zumindest erst mal der Benefit. Dann entstehen aber auch auf dem Weg dorthin bereits schon Effizienzen, wenn man neue Tools verwendet, die auch schneller erst mal auch oder besser genutzt werden können. Und da gibt es auch schon viele Effizienzen. Wie gesagt, wenn man da auch sehr, sehr, sehr zielorientiert arbeitet und die Roadmap dementsprechend auch gestalten kann. Alles klar. Ganz lieben Dank, Herr Pschibillo, für die Beantwortung der Fragen und auch für Ihren sehr interessanten Vortrag. Haben Sie jetzt vielleicht noch abschließend zwei Tipps für die Planer, Fachingenieure und Architekten, die Sie mitnehmen können? Bilden Sie sich weiter und haben Spaß daran. Herzlichen Dank. Vielen Dank.